Gottdach, auch willkommen, Tja der Wenner, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit dem Königreich Norwegen, das sich immer noch schwer damit tut, die skandinavische Nation zu werden. Wir müssen noch zwei Provinzen, nee, drei, vier Provinzen von Dänemark einnehmen, Finsjelland, Skane und Bornholm, das ist leider etwas knifflig. Wir haben es zwar erwirkt, dass Dänemark kein Bündnis mit Russland schließen kann, bis zum 19. Dezember und wir haben auch schon wieder einen Anspruch fingiert, das Problem ist aber folgendes, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann kann Dänemark nämlich mit Russland einfach direkt wieder ein Bündnis schließen im Krieg und Russland dann einfach zu den Waffen rufen. Und das würde dann, das würde dann, habe ich eben Norwegen gesagt, ich meine Dänemark, also dann könnte Dänemark wieder ein Bündnis mit Russland schließen, Russland zu den Waffen rufen und ich müsste wieder gegen Russland kämpfen. Das wäre einfach nur ultra ätzend und nervig. Achso, übrigens, Ideen, ich habe mich entschieden, wir nehmen die Defensivideen. Wegen dem 25% Moralbonus, wegen dem Armeeunterhaltsmodifikator, wegen der Verstärkungsgeschwindigkeit, dem niedrigeren Truppenverschleiß und der Zermürbung für den Gegner. Also, das nehmen wir jetzt. So. Nationale Entscheidung verfügbar. Bestehste Alkohol, Bergbau und so weiter und so fort. Das kennen wir alles. Das können wir also wegklicken, umkämpfte Nachfolge, können wir auch wegklicken. Provinzanspruch auf 5 haben wir fingiert. Wir können in einen Kardinal investieren. Den wir uns schon die ganze Zeit eben mit Großbritannien und Spanien quasi prügeln. Also unser Zankapfel quasi. Die da wollten wir mal gerade verbinden, dachte ich. Ja, und dann warten wir mal ein bisschen. Ich. Sag mal, wir behalten den hier. Das Problem an der Sache ist halt auch. Ach, das ist doch so nerfig. Zumindest den Jüngeren will ich behalten. Dann geben wir den, den, den Britendödel, den geben wir auf hier. 65. Ach komm, dieses Jahr investieren wir nochmal ein bisschen was rein. Und dann ist aber hier Schicht im Schacht. Ach so, wir können übrigens, wir können übrigens erstmal neuen Berater anheuern. Ich nehme nochmal einen günstigeren. Diplomatisches Geschick plus 5 ist gut. So, dann können wir Gebäude bauen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Tempel fehlen wahrscheinlich noch überall. Und die Tempel bringen viel. Die kosten uns, ähm, administrative Macht. Aber da haben wir auch genug von momentan. Sie kosten uns außerdem Gold. Da haben wir übrigens auch genug von momentan. Ja, lassen wir die Zeit runterlaufen. Ähm, im Dezember müssen wir den Krieg erklären können. Aber das machen wir jetzt mal davon abhängig, ob Litauen endlich mal mitmacht. Oder Frankreich nochmal zumindest. Aber einer von den beiden sollte hier mitmachen. Ach so, sollen wir denen vielleicht mal irgendwie den Bauch pinseln? Jetzt probieren wir mal gerade. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich kann mal wieder im Kardinal investieren. Komm, steck alles in den Reihen und dann ist es egal. Dann machen wir das nach dem altbewährten Schema. Das hätte bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja, unsere Flotte, die ist halt echt teuer, ne? Ne, die Flotte ist es gar nicht mal. Es ist das Militär, was so teuer ist. Und die Berater halt, ja. Die Berater sind arschteuer. Aber mit, äh, 10 Dukaten Einkommen, das geht eigentlich momentan. Gute Neuigkeiten. Großschiffkosten, Leichtschiffkosten, okay. Okay, ich denke mir gerade, wir könnten eigentlich auch beim administrativen Berater. Haben wir da einen günstigeren? Ja, haben wir. Missionsstärke ist aber scheiße. Missio, 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 Missionsstärke ist echt kacke. Ja, Dänemark macht halt wieder ein Bündnis mit Russland. Das war aber klar. Macht weder Holstein, Litauen, noch Frankreich mit. Tja. Dann lassen wir es mal laufen, ne? Also ich mache jetzt nicht nochmal alleine einen Krieg gegen Russland, solange meine Mannstärke nicht wieder auf, äh, Maximum ist. Kolonie selbst erhalten, Handelsesput, Kriegsgrund verloren. Ähm, jetzt hätten wir es mal bitte nochmal so an. Oh, der kommt schon ein anderer Kolonist an. Alles klar, dann hier hoch. Du läufst, ne? Ja, alles klar. Ja, äh, ja, dann warten wir. Wir warten einfach noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Macht immer noch keiner mit. Macht immer noch keiner mit. Beziehung, mit Litauen wurden verbessert. Anfrage aus Holstein. Klar. Klar. Wir gewähren Litauen mal einen Militärzugang. Okay. Getreide. Hm. Ist eigentlich egal, aber... Dann nehmen wir die diplomatische Macht, dann machen wir nicht ganz so viel. Wir machen jetzt hier möglichst viele monatlich, würde uns das Geld kosten. Dann machen wir es mal nicht. Ich könnte ihnen 500 schicken. Würde die Beziehung um 25 verbessern, würden sie dann in dem Krieg mitmachen? Immer noch nicht. Guck mal hier, Litauen. 80 Regimenta. Die Tättechnologie 22. Ach du, meine Fresse. Ja, das ist natürlich auch echt bitter, ne? Russland 24. Ich? 26? Ja. Meine Manpower ist wieder ziemlich oben. Aber ich brauche einfach... Ich brauche einen beschissenen Partner in diesem scheiß Rotzkrieg. Sonst passiert hier nix. Sonst passiert hier gar nix. Diese scheiß Bretagne würde mich nämlich abnerven mit ihrer Popelflotte, wenn die die ganze Zeit sich hier reinstellen, wieder abhauen. Das weiß ich jetzt schon. Mir die Häfen blockieren. Russland würde mir dann hier hinten wieder irgendwelche Armeen ins Genick schleudern, was mir total auf den Sack geht. Ich werde für die Belagerung von Fins, Jelland und Lolland und Bornholm wieder 100.000 Milliarden Jahre brauchen. Das ist einfach kacke. Das ist einfach kacke. Hatten Krieg mit osmanischer Eroberung von Große Wallachai. Okay. Okay. Ich werde jetzt... Scheiße. Wir haben keine positive Meinung von Ihnen. Die liegt momentan bei minus 15. Ich hätte gedacht, sonst ergreife ich hier das letzte Mittel. Haltung gegenüber osmanisches Reich offen. 66. 66. Soll ich eine Koalition gegen Russland bilden? Aber die gibt es wahrscheinlich noch nicht. Ist wahrscheinlich hinfällig. Es gibt keine Koalition gegen Russland. Sonst würde ich mich mit dem Osmanischen Reich verbünden, weißt du? Und, äh, okay. Dann nehme ich da einen Punkt. Abzug bei den diplomatischen Beziehungen in Kauf. Dann machen wir folgendes. Wir sagen... Ich schließe eine Garantie aus, die uns im Krieg gegen alle Angreifer ausruft. Beziehungsaktionen. Mach mal Beziehungen verbessern. Jetzt ist meine Manpower wieder ab. Grundwert ist Dings. Noch nicht mal diese doofen Holsteiner wollen mitmachen. Verbessere mal die Beziehungen zu denen. Verlieren zehn Armeetraditionen. Kasselen hat mir nun mal einen Kardinal abgekauft. Diplomat ist heimgekommen. Schauen wir mal einen Militärzugang bei den Osmanen. Äh, Nationalbank. Die Gründung einer Bank hat uns einen Anstrich von Seriosität und Zuverlässigkeit gegeben. Und sie erlaubt auch unserer Regierung eine viel größere Flexibilität bei der Finanzierung von Kriegsmitteln. Nationale Darlehen von 500 Dukaten. Verlieren fünf Inflationen, erhalten einen Stabilität. Verlieren fünf Inflationen, erhalten einen Stabilität. Also Bankkreditgröße festgesetzt auf zwölf. Ja, mach auf 24. Minus fünf Inflationen, erhalten einen Stabilität. Jetzt wird's langsam. Okay, was können wir noch machen? Dann, wir können sagen, eine Rechte auf Flottenstationierung anfragen. Negativ minus eins, negativ null. So, wollen wir zehn lokale Reserve, Handelseinfluss oder Steuermodifikator? Ich nehme die lokale Reserve. Nein, negativ minus eins, schnell ein Bündnis. Schnell ein Bündnis senden. Tragen unsere Militärbündnis bei. Okay, schön. So, jetzt können wir mal gucken, wenn wir... Also, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, ich habe jetzt momentan eine diplomatische Beziehung zu viel. Ähm, oh, wir haben keine Inflation mehr. Schön. Ähm. Der ist einfach so ein schlechter Typ. Der ist sau gut. Aber diplomatisches Geschick ist auch wichtig. Bessere Beziehung, 30. Okay, weißt du was? Geh hin, nimm den Typ mit der Missionarsstärke. Und nimm hier den Typ mit den besseren Beziehungen. Ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Aber ich will jetzt plus zwei diplomatische Macht haben, weil ich jetzt hier momentan durch zu viele diplomatische Beziehungen ein bisschen was verliere. So, dann hoffen wir mal, dass sie den Krieg mit Ungarn beilegen. Bei meinem Kriegsgrund gegen Großbritannien. No. Okay. Okay. Das Staatseite geht nicht wegen der Religion. Garantierprogrammierende, ne, 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 ne. Wir gewähren den Osmanen Militärzugang. So, das Recht zur Flottenstationierung kostet uns monatlich noch ein bisschen Geld. Aber wir können ja mal noch ein Sekündchen abwarten. Okay, wenn ich den jetzt den Krieg erkläre. Holstein macht zumindest mal mit. Das Osmanische Reich nicht. Okay, wenn ich, äh, Russland den Krieg erkläre. Macht gar keiner mit. Wahrscheinlich, weil ich keinen Kriegsgrund habe, ne. Okay, also hat sich das Bündnis mit dem Osmanischen Reich nicht unbedingt gelohnt. Wahrscheinlich aber auch, weil die momentan noch im Krieg liegen. Sollen die Osmanen mal hier noch das Ding besetzen. Ich warte noch ein bisschen. Ich kann es mir noch leisten. In der Zeit fingieren wir mal noch in Anspruch auf Lolland. Sehr gut. Eingebundener Aufstand. Egal. Kolonialismus, Kriegsgriechen, Großkapitalien verloren. Really? Kriminal investieren. Und Kolonie weiter ausbauen. Äh, so. Geh mal hier hin. Das sieht noch relativ harmlos aus. Ah, ne, warte mal. Da kriegst du Verschleiß. Bleibt das stehen. Bleibt das stehen, bis ich den Kolonisten wieder habe. Verbeilt unsere Kulturen in Schlesien, Kolonifikate und Indien. Nein. Ich warte so lange, bis wir Dänisch als unsere Kultur akzeptieren. Das kann auch nicht so lange dauern. Das Osmanische Reich hatte vorhin mal die größte Armee der Welt. Das könnte also irgendwie schon ganz sinnig sein. Oh nein, sie haben unseren Agenten entdeckt. Schon wieder. Scheiße. Diplomatische Beziehung. Arsch. Kacke. Bluh. Ja, komm, hier. 25 diplomatische Macht. Das ist noch besser als minus 25. Mal los auf mein Handelseinkommen. Das ist echt bitter. Das tut jetzt weh. Das kostet viel Geld. Okay. Ähm. Wir könnten auch. Holsteinische Meinung. Norwegische Meinung von Holstein ist 127 und die ist 200. Allianz mit Rivalen. Haben die Frankreich zum... Ah, ne, die Osmanen haben sie zum Rivalen erwählt. Ja. Okay. Wir bitten mal um das Recht zur Flottenstationierung. Sehr schön. Dann werden wir jetzt noch einen Test machen. Äh. Nämlich, äh. Ein Geschenk senden. In der lachhaften Höhe von... 725 Dukaten. Und versuchen Litauen damit in den Krieg mit reinzukaufen. Ne, machen sie definitiv nicht. Ah ja, okay. Gut, dann lade ich das mal gerade. Christophers schwach. Tempel in Zumbarwe erhalten. Also mein jetziger Monarch stirbt. Und ich kriege ein Tempel. Oder... Hä, warte jetzt nochmal. Ein seltsames Fieber hat euren geliebten Nachfolger dahin gerafft. Ah, okay. Oder ich kann den Thronfolger... Den Thronfolger Christophers opfern. Neuer rechtmäßiger Erbe 262 mit einem Schwachanspruch erscheint. Oder... Ich verliere ihn so und erhalten Tempel. Dann machen wir das so. Und wir haben einen neuen Thronfolger. Was hat der jetzt? Der 366. Das ist auch okay. Alter 1. Anspruch stark. Das ist okay. Aber ich wollte eigentlich laden. Weil ich schenke denen nicht das Geld. Und die machen dann nicht mit bei dieser ganzen Kacke. Das müsste man... Das musste ich einfach mal testen. Es tut mir leid an der Stelle. Ich bin ja normalerweise nicht so der Freund vom permanenten Neuladen. Es sei denn... Achso, ich habe das falsche Savegame geladen. Ich bin ja ansonsten kein Freund vom permanenten Neuladen. Es sei denn Heroes of Might and Magic 5. Und ich habe keine Stadt. Das habe ich doch in der Cloud noch gehabt. So. Jetzt komm, Junge. Ja. Das mit dem Laden, das ist nicht immer so geil. Aber ja. Kardinal investieren. Die Supporter der Osmanen investieren nochmal in den Kardinal. Die Kämpfte nachfolge in Frankreich ist zumindest mal vorbei. So. Und die Osmanen haben Frieden geschlossen, ne? Okay. Momentan macht also nur Holstein mit. Die Osmanen machen nicht mit. Ich kann doch nochmal gerade... Die Gründe kann ich... Warum kann ich die Gründe nicht einsehen? Äh, wir können in die Seemacht-Idee investieren. Wir bekommen einen besseren Flottenkommandanten. Okay. 100 Bevölkerung in Tierra Fuego. Militärischer Kandidat, bitte. Okay. Äh, das Osmanische Reich macht mit im Krieg gegen... Ähm, im Krieg gegen Dänemark. Das ist cool. Dann erklären wir ihn jetzt den Krieg. Baden-Rösser, Brandenburg, Britannia. Holstein und das Osmanische Reich. Litauen leider nicht, aber das ist auch gut. So, dann schauen wir jetzt mal. Jetzt wird es interessant. Ah, da speichere ich doch mal an der Stelle. Ja, ja, ist total amateurhaft. Aber ihr wisst ja, ich lerne hier bei diesem Spiel noch dazu. Ja, jetzt schauen wir mal gerade. Wie sieht denn das von der Militärstärke aus? Also, da wird Russland natürlich mitmachen, ist klar. So, ich gehe mal gerade mit der Speed hier ein bisschen runter. Und mit den 50 Minuten musst du direkt nach Sieland durchrutschen. Das ist wahrscheinlich ein Krieg zwischen Handelsschiffen, ne? Ja. Das sind Handelsschiffe. Das sind Galeren. Nice. Ja. Dann. Machen wir mal diesen hier. Segel hier mal so durch. Du segelst mal schnell hier runter. Habe ich, ähm... Wie viele Truppen werde ich brauchen, um Bornholm zu belagern? Ich würde mal sagen... 1, 2, 3, 4, 5... 6... Ja, das langt. So, und dann kommst du mal mit den Teilen hier hin. Du kannst schon mal hier rüber auf die Insel gehen. Und hier oben safen wir einfach nur gegen, ähm... Da oben safen wir einfach nur gegen Russland. Sorry für den Anglizismus, es tut mir leid. Es ist mir auch gerade aufgefallen, wie behämmert sowas klingt. Habt ihr noch Anspruch auf irgendwas? Ne, ne? In 10 Jahren kann ich sie annektieren. Und, äh... Dann an Holstein verkaufen. Oder so. Es ist von daher interessant, weil die halt, äh... Bei... Weil die ja direkt neben Lübeck liegen. Ähm... Ja, ich hoffe, dass Holstein mir ein bisschen gegen die Flotte hilft. Aber sag mal, hab ich... Ich hab doch mehr als 22 schwere Schiffe. Wo sind die anderen denn? Ah, ja. Da gucken wir mal hier. Dann segel doch mal hier rüber. Ja, Russland tritt bei. Russland wird doch hier gleich das Seegefecht verlieren. So, Mann, Stärke. Wie? Das ist manisch reich ist noch nicht dabei. Das ist manisch reich hat nicht mitgemacht. Ruf zu den Waffen. Und? Ah, ja, doch. Da sind sie ja. So. Das sieht jetzt mal von der Militärstärke etwas, äh... Besser für uns aus, meine ich. 382.775 Mann Infanterie. Gegen 181.951. Das gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Wir haben fast dreimal so viele Kanonen. Wir haben viel mehr Schiffe. Gut, das liegt auch daran, weil die Osmanen haben ja auch eine, ähm... Die haben ja auch hier die, äh, Seemacht, äh, Tradition gewählt. Okay, ich habe hier zwar den Überquerungsmalus, aber das da schaffen wir dicke. So, und du landest mir jetzt allererstes mal die sechs Mann hier drüben. Du gehst nach Savulax, denn ich meine, wenn er von hier unten käme, bekäme er auch einen Überquerungsnachteil. Da oben ist alles sicher. Dann kannst du mal mit den 18 Schiffen auch hier rüber segeln. Hier drüben, das machen wir, glaube ich, alles mit den Galären. Allerdings, warte mal kurz. Hier waren doch auch noch Galären, ne? Eine nehmen wir mal gerade mit. Und die stellen wir hier hin, damit wir da eine Hafenblockade machen können. So läuft der Kampf da oben. Der läuft noch ganz gut. Hier haben wir, hier haben wir eben den Vorteil, weil wir so eine breite Front haben. Haben wir einfach eine viel größere Angriffsfläche als er. Können wir da auch sehr gut sehen. Nice. So. Truppen da lassen. Ab nach Lolland. Truppen da lassen. Ab nach Fünn. Das ist Kriegsziel. Ah, da guck mal. Da ist er schon auf dem Weg nach Savulax. Aber bald kommt der Winter, da würde er sich freuen. Du läufst einfach dann nur hier hin. Dann lass ihn da mal reinrennen. Ja, wenn man das jetzt wüsste, ob das als Flussüberquerung zählt, ne? Das sieht nicht so aus, ne? Wir können es uns auf jeden Fall mal angucken. So. Truppen abstellen. Und dann machst du mal gerade hier die Brandenburger weg. Dann werden wir Brandenburg noch schnell besetzen. Können wir vielleicht auch einen separat Frieden rausholen. Nach Wiborg willst du? Okay. Kein Überquerungsmalus. Und die anderen Truppen kommen auch noch dazu. Shit. Noch zwei Tage. Schnell, schnell, schnell. Ich will hier nicht so... Jetzt kriege ich einen Überquerungsmalus. Ah, wegen der Verstärkungstruppen. Dafür habe ich ihm wenigstens die Armee komplett vernichtet. Okay. Gut. Ich glaube nicht, dass er das überstehen wird. Ich muss mir das merken, dass wenn ich von Österbotten hier unten angreife, dass ich da einen Überquerungsmalus kriege. Das war mir jetzt auch nicht so klar. Komm, das schaffen wir auch. 2,3 Kriegsstand. Ach, das war jetzt hier unten. Mit wem sind wir denn jetzt da unten noch im Krieg? Ah ja, okay, da müssen wir... Ah, da müssen wir einen Tag warten, ne? Okay, die flüchtet jetzt leider nur. Das ist natürlich nicht so geil. Da hätten wir natürlich noch mal Mannstärke und Überlegenheit gebraucht. Ich mach's das mal aus. So. Hier auch bitte einmal Truppen da lassen. Wir haben schon 23% Kriegsstand. Cool. Ja, Baden und die Britannien, die werde ich nicht finden, ne? Aber ich stelle mich jetzt erstmal hier unten hin. Zucker in Rio de la Plata. Okay. Ja, das da machen wir... Ups. Das da machen wir mit denen. Das da machen wir alles mit den Galären. Ich glaub, die Handelsschiffe, die sind jetzt auch nicht so in Gefahr, außensweise. Es sei denn halt, die... Hier kommt von der Britannien nochmal hier so eine fette Flotte nach oben gewatschelt. Ja, es sieht so aus, als würde das Osmanische Reich jetzt auch nach Russland marschieren. Was habt ihr eigentlich für eine Militärtechnologie? 25? Dann seid ihr denen auch überlegen. Das ist doch schon mal gut. Da sollten wir natürlich schon schauen, dass das Osmanische Reich auch was davon hat, ne? Dass sie da... Ähm, mitmachen. Ähm. Ja. Lauf mal hierhin weiter. Hier besteht natürlich immer... Ich könnte natürlich jetzt versuchen, Neva zu belagern, aber im Winter in Russland... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Handelsdisput, Kriegsgrund gegen Großbritannien verloren. Das erinnert mich daran, dass ich zu denen nochmal die Beziehungen verbessern wollte. Die haben jetzt nur noch minus drei, plus eins mittlerweile sogar. Das ist cool. Warte mal, Wettbewerber um die Weltherrschaft. Allianz mit Rivalen. Frankreich. Ah, okay. Feindliche Beziehungen. Aha. Haben Anspruch, haben Kriegsgrund. Aber geht hier eigentlich noch halbwegs, ne? Also dafür, dass die... Dass wir echt so arschig zu denen sind, geht's eigentlich noch. Ja, der zieht jetzt hier nochmal so eine hunderter Armee zusammen. Ich sehe es kommen. Ja, geil, geil. Die Osmanen besetzen hier schon... Besetzen hier schon russisches Terrain. Sehr, sehr geil. Allerdings werde ich... Ich werde auch mit der Besetzung anfangen, aber noch ein klein wenig warten. Nicht lang, so ein paar Tage. Du läufst mal nach Stockholm, nur für den Fall der Fälle. Den unwahrscheinlichen Fall, dass Russland hier nochmal mit einer 100-Mann-Armee angestiefelt kommt. Oder mit einer 200-Regiments-Armee. Plus für den Winterverschleiß, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Können einen neuen Diplomatieberater nehmen. Schade, war der schon so alt. Dann nehmen wir nochmal den mit dem diplomatischen Geschick zurück, denke ich. Ist ja mal besser... Also diplomatisches Geschick ist jetzt mal besser als nix. Das ist jetzt doof. Jetzt sind die diplomatischen Beziehungen mit Britannien wieder schlechter geworden, oder was? Ne, es geht noch. Okay. Neue Idee. Schlachtfeldkommission. Jährliche Armeetradition plus eins. Machen wir nächsten Monat. Machen wir nächsten Monat. Denn jetzt brauche ich vielleicht noch ein bisschen was für einen Gewaltmarsch. Tatsache. Die haben den Typen gekriegt, ne? Die Briten haben echt den Amundsen gekriegt. Das ist echt ne Frechheit. Aber gut, er ist 70 Jahre alt. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit dem Auslaufmodell. So, Lollandfeld. Das ist gut. Hier sind mir zu viele schwere Schiffe. Gehen wir mit denen noch da hin. Das sind Handelsschiffe. Ja, okay. Gut gesehen. Du willst nach Keksholm jetzt. Dann will er mich umlaufen. Dann würde er wahrscheinlich noch mit einer Armee hier runterrennen. Wobei 18 Regimenter jetzt nicht wirklich gefährlich sind aktuell. 24. April, 17. April. Das sieht ganz gut aus. Gefährlich wird es halt, weil ich nicht sehe, was er hier hinten drin hat, ne? Schön. Hier kriegen wir jetzt aber keinen Winterverschleiß mehr, ne? Genau, nur 3% normalen Verschleiß. Und das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist richtig gut. Die Festung hier ist schwach. Ne, sie ist... Er hat sie aufgewertet. Die Festung ist aufgewertet worden. Minus 3. Ja. Ziemlich Britannien verbessert. Gut. Diplomatie. Frankreich. Warum habt ihr euch auf feindlich gestellt? Warum? Wegen dieser Litauen-Sache? Vermutlich. Warum hat Litauen überhaupt das Osmanische Reich als Rivalen gewählt? Die haben noch nicht mal eine gemeinsame Grenze. Egal. Ich freue mich einfach nur, wenn ich sehe, wie hier diese riesige Osmanische Armee gerade in Russland rummarschiert. Und diesmal bin ich sogar recht zuversichtlich, dass wir einen sehr hohen Kriegsstand schaffen werden. Okay, wir haben eine neue selbsterhaltende Kolonie. Wir holen uns jetzt den Bonus auf die Armeetradition. 19 militärische Macht. Das langt für ein paar Gewaltmärsche. Das ist auf jeden Fall gut. So, und dann zeige ich mir mal, wo können wir denn noch... Ich hatte hier doch vorhin noch etwas. Da. Senden. Behalte den alten Typen da. Ist das da ein Verlockungshäppchen? Ich weiß es nicht. Ich könnte mich natürlich auch hier erstmal in Litauen unterstellen. Versuchen, Nofgorod zu holen, wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ich habe momentan leider keinen freien Anführung mehr. Ah, da guckt man hier. Nach Wiborg. 18. Juli. Ich schneide hier doch mal direkt den Weg ab. Ich hatte eh sowas vor. Stellen wir die Truppe mal gerade um. Mach das mit deiner Flussüberquerung. Also, Neva kann man recht gut verteidigen. Ich hoffe, dass er nochmal hier unten rumläuft. Sieht so aus, ja. Oh, das wird jetzt viel. Ne, warte. Da brennt es gerade. Mach mal hier die... Der will auch nach Neva. Da kommt aber erst im 2. September an. Bis dahin habe ich ihm die Armee schon kaputt gemacht. Doch nicht. Oh, jetzt halten sie sich aber zäh. Haben mit viel, viel Würfelglück und Anführer geschickt. Alter, ist das ein Lacker. Ist das ein Lacker. Das ist ja unglaublich. Bei wem hat die Moral am meisten gelitten? Bei ihm. Zurück nach Wiborg, bitte. Oh, mach den Gewaltmarsch aus. Nicht so super geil. Ja, also ich glaube, hier unten sind wir relativ gut gefahren. Und dann holen wir mal noch Thorhild Haraldsson mit dazu. 35 Regimenter da stehen zu lassen, ist natürlich jetzt von der Belagerungstechnik her nicht so optimal. Es ist mir aber doch recht wichtig, dass wir hier nicht zu wenig Truppen stehen haben. 9. Oktober und 3. Oktober kommt die erste Welle. Ja, dann kommt am 9. Oktober unsere nächste Welle. Mit dem Überklärungsmalus darf er keine Chance haben. Aber ich glaube, er hat mal wieder das Würfelglück ohne Ende. Diplomatischen Beleidigungsgrund gegenüber Litauen oder Litauens Meinung gegenüber Norwegen verbessert sich. Portugals Meinung verbessert sich. Brunals Meinung verbessert sich. Neu-Portugal und Wigmark. Machen wir die Entspannung anstreben. Ich würfel einfach scheiße. Ich glaube, das ist der Grund. Ja, ich würfel ultra scheiße. Okay, aber Kenneth hat es mal wieder gerichtet. Kenneths Armee hat ein bisschen Moral eingebüßt. Ich gebe denen mal einen kleinen Fronturlaub. Sollen die sich mal ein bisschen erholen. Ich meine, er ist ja direkt in der Nähe. Wir hätten das auch anders machen können, dass er da drin bleibt. Aber dann hätte ich eine angeschlagene Truppe da rausnehmen müssen. Ja, boah, Alter. Hier gibt man wieder nichts auf. Da kannst du so lange bombardieren, wie du willst. Ja, das da gefällt mir. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile von der Mannstärke aus? Es ist so krass. Ich habe den Russen jetzt bestimmt schon 70 Regimente oder so weggeplättet. Und die haben immer noch 163.000 in dem Bündnis. Also gut, die Britannia hat auch recht viel, ist klar. Aber das sind natürlich auf jeden Fall Russland. Wir haben noch keine Schlacht verloren. Das Osmanische Reich hat auch schon eine russische Armee geschlagen. Ansonsten waren wir das. In der Statistik gucken wir mal gerade nach noch. Und dann werde ich den Part beenden an der Stelle. Also wir sehen, die größte Armee hat momentan noch Russland mit 285.000 Mann. Also Regimentern. Oder, nee, Mann. Genau. 285 Regimenter. 251 haben die Osmanen und 164 haben wir. Das sind aber doch ein bisschen mehr, ne? Das ist ein bisschen mehr, als hier steht. Und, nee, doch, da steht es doch. 367.000 gegen 163.000. Nee, die hatten vorher mehr. Das stimmt. Ja, das Rekrutenlimit. Das ist halt echt krass. Also wir haben jetzt ausnahmsweise mal ein höheres Rekrutenlimit als die Russen. Vielleicht können wir irgendwie, muss ich die Osmanen ja belohnen. Dafür, dass die da jetzt mitgemischt haben. Dass die Osmanen mir da geholfen haben, eine skandinavische Nation zu erreichen. Ja, ich wollte ja gar nicht eigentlich bündnisgroßartig mit den Osmanen eingehen. Aber, ähm, also weil ich mir halt so gedacht habe, ja, warum sollen wir was machen? Also, es ist nicht unsere Religion. Es ist vielleicht nicht so einfach. Aber jetzt hat es dann doch geklappt. Mit dem diplomatischen Geschick und den verbesserten Beziehungen hat es geklappt. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken an der Stelle. Im nächsten Part sehen wir uns wieder. Ach, du meine Fresse. 209 Regimenter. Das ist aber mit der, das ist aber wirklich mit der Kanone aufs Spatzen geschossen, ne? Naja, im nächsten Part sehen wir uns wieder. Da geht es nochmal weiter in diesem Krieg hier, den wir aber offenbar zu gewinnen scheinen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut bis dahin. Farvel. Das ist aber mit der Kanone aufs Spatzen. Das ist aber mit der Kanone aufs Spatzen.